Willkommen zum zweiten Part So, beim letzten Mal hab ich zwei Welten gemacht Lass uns mal nachdenken Und ich hoffe es gibt noch weitere Fähigkeiten wie einen Doppelsprung Wäre hilfreich auf jeden Fall Ähm Ah, die Schlange Hallo mein Freund Oh nein, das ist Thrauser Immer schön auf deinen Geldbörse aufpassen, Yuka Hey Thrauser, wegen deinem blöden Tor kommen wir nicht weiter Oh, das war dir Das ist doch eine Paywall Meine neueste Geschäftsidee Die mich zum Millionär machen wird Müssen daran vorbei Und weitere Truppen von Bitaion finden Und Kaptabio zu besitzen Ganz, ganz wichtige Angelegenheit Ah, warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Für so verehrte Kunden wie euch öffne ich die Paywall Für nur einen Bruchteil der Fitmünzen kosten Sein Halsabschneider Wir wissen, dass wir für dich Nur Kundschaft darstellen in Thrauser Falls ihr nicht genug habt Es soll jede Menge Fitmünzen in verstreuten Kapiteln geben Nur einer? Das ist gezeichnet Oder war alle, Freunde Paywalls Ich mag das Aber das ist schon mal geklärt, dass ich mir die Münzen machen muss Oh, drei neue Welten Oh, der neue Paywall Noch mehr zufriedene Kutscher Fürthauser Und neue Fähigkeit gibt er mir nicht rein, zufällig Und wie komme ich da hoch? Oh Hey Leute, ich bin's Wendy Ja, also Achso, du bist das Ich bin hier um euch mit meinem Spiel entscheidenden Tunica Passchett zu helfen Oh, an die erinnere ich mich Die sind echt hilfreich Und hab ich nie verwendet Was hast du denn für uns? Erstmal ein Blick auf das Tunica-Menü Das ist das Tunica-Menü Hier werden alle Tunica angezeigt Die er in der Overworld findet Ihr müsst sie erst mit Federn aus dem Kapitel kaufen Aber das ist hier umsonst Okay So geh ich so meinen freizuschalten Wenn du genug Federn hast Versuche es jederzeit mal Fähnull, äh, was ist das? Oh, Lady Pipplinge vor Ort Gut dabei, das ist damit das erste Tunica-Menü Geschalten Ah, dringlichste Auswahl Okay Achso, jetzt wirst du es irgendwo anlegen Alles klar Alles gezeigt Du hast das Tunica-Menü Habtisch ausgerüstet Dann flüchtet Lady im Kapitel nicht so schnell Und du hast mehr Zeit, die zu retten Wer redet denn hier von flüchtende? Großer Käsebrocken Oh, danke, wenn die Das klingt doch ganz nützlich Unbedingt Und es gibt noch viele andere von denen Wenn ihr eins in der Overworld findet Könnt ihr immer im Tunica-Menü nachsehen Was ihr damit anfangen könnt Aber denk daran, dass sie nur in deinem Kapitel funktioniert Puh Kommt ihr jetzt halt zurück Wenn ihr mehr über die Videos mehr wollt Okay Ich schätze mal Ich krieg darüber meinen Doppelsprung, oder? Den ich gern hätte Ja, Blinker, oder hieß Ja, komm, gib deinen Tipp für 10 Vätern Ja, das ist genug, okay Denn ein erfahrener Nähe Verwirkt sich ein Geheimnis Kumpelkracher Die fahren mit X und R1 Um es zu enthüllen Das ist nicht gemeint Hm War das alles? Mein Yusha-Control ist fast der Ich kann das hier kaputt machen Was? Gar nicht so schön ist Oh, was ist da oben? Da ist die Kiste Ach ja, eins Okay, so komme ich auch rüber Nein Jetzt schaffe ich das nicht mehr, oder was? Doch Ah, es sind viele Federn Schieben wir das mal hier hinter Ah, das muss doch so klappen Das klappt so nicht Geht auch Schieb, sammle Bären durch Erdrücken Nochmal, um sie zu werfen Ach so, jetzt verstehe ich den Start machen So, nehmen wir die noch Wann gehst du hier runter? Wann wirst du da runter? Oder wirst du das mal oben lang? Ja, schwa Ja, schwaß wir hier unten Da brauch ich eine Bäre Keine Strübe auf jeden Fall Gib mir die Bäre Und hier geht's rein Ah, ein Page Heal Da kommen meine Freunde Oh, das ist das Chameleon Und die Flärenmaus Das ist echt spannend Meine Freunde und ich haben ein paar Schufte hier drin mit uns eingesperrt Wir können euch bei eurer Quest helfen, wenn ihr sie vertreibt Ja, dann mal los Dann mal los Okay, erstmal Gegner besiegen Hier muss ich drüberspringen Nein Geschafft Herausforderung gewonnen Die war ja einfach Wird bestimmt doch schwerer Fantastisch Hier habt ihr das erste Herausforderung-Level gemeistert Ich rufe die Fliegerstaffel und wir verändern die Oberwelt Schöne euch das an Page He's 4 Okay, es kommt einfach nur runter Bingo Ah, da hätt ich ein Level Dann gucken wir, was Dr. Puss noch hat Gott sei Dank Es sind Joka und Lailie Aufpassen, Joka Das ist diese unfallträchtige Krakenwissenschaftlerin Irgendwelche tentaglichen, äh, technische Probleme, Dr. Puss Oh ja, es geht um ein neues Erfindung Ich wollte sie gerade einschalten Da habe ich den Schalter verlegt Keine Panik, Doc Wir finden etwas, mit dem wir deinen riesen gefährlich aus den Maschinen einen Gang kriegen Kann ja nicht schief gehen, oder? Der Schalter ist bestimmt nicht irgendwo in der Nähe So Halt bei eurem Abenteuer danach ausschauen Danke, Doc Halt in den Augen gerufen Okay So viel, was ich auf einmal tun kann Halt Nein, was ist das mit? Kann ich doch auch so freischalten, oder? Was ist denn da irgendwie so milde Plikator? 0,9 Ah, also mehr schreien nehmen, ist wie ein Café, dann kriege ich nicht mal an Muss ich das bei Wendy jetzt das freischalten? Das ist die Frage Hm Kaufen hat ich hier Das war ja da drin Ach, weißt du, ich hör mich noch mal kurz an Nein, ich hab mich verdrückt Ja, ja, in der Oberwald So, ähm Okay Eigentlich wüsste ich jetzt da drin haben Ach, jetzt geht mal runter Kein Verlust von Twistmünzen mehr Wenn Yuka stirbt Okay Was ist das ausrüsten würde? Ah, minus 1,2 Federn Ja, ich weiß nicht, ob ich weniger Federn habe, ehrlich gesagt Nur, dass leider länger da ist Ich denke, ich brauch vielleicht noch viele Federn irgendwann Hoffe ich So, jetzt kann ich endlich mal hier rüber Ach, da komm ich gar nicht rein Ich kann nicht auf die Kiste springen Ja, gut Ja, gut, dann hat sich das auch erledigt Dann gehen wir doch mal hier rein Oder mach das Doktor Puss Ah Ach nee, da gehst du zum nächsten Level Ey, ich mach's Level Es dauert schon viel zu lange, als ich da tue Kapitel 3 Okay, jetzt könnte ich schon was ausrüsten Nee, ich mach's ohne Erst mal nach links laufen Kann ich schon irgendwie höher springen? Hm Nicht so wirklich Was die Kamera macht, weiß ich immer noch nicht Okay, das geht einfach nur kaputt Da kann ich nicht hochklettern Äh Baby Äh Muss ich auf die drauf springen? Ich probier's mal Ja, würde theoretisch gehen Da komm schon mal nicht mehr ran Schade Okay, kann ich nicht so kaputt machen Schade Ich hab's so gehofft Ich wollte ihn kaputt machen Ah, die Rude Äh, wie war das? Ich glaub, es ist wunderbar, wenn ich den draus springen Okay, ich muss Ist von hier Ah, jetzt Ah, ich kann hier an einer Reihe machen Hier geblieben Nein Ich werde nicht sagen, aber das wäre mit dem Doppelsprung nicht passiert Okay Das hat sich gelohnt Zu sterben Ich hab die Münze Kann man die fressen? Nö Kann man den fressen? Komm mal runter Nö Schade Das klappt so leid So, wie soll ich das bei denen jetzt machen? Hm Zurückspringen klappt dann nicht so wirklich Ja, ich glaub ich kann's grad nicht machen Toll Nein Die Feder muss einfach nicht Ich hätte einfach die Glocke aktivieren sollen Na, muss ich jetzt die Münze wiederholen Das dauert schon alles sehr viel länger als es sollte Okay, die Fähne sind weg Okay, die Münze muss ich nicht schon mal holen Ja, gut Da darf ich einfach durch Ach, komm schon Ich weiß nicht, ob ich das mit einem Mal schaffen sollte Nein Komm hier rüber Okay Ich klicke nochmal einen Treff ab Nein, es ist weg Alles nur für Federn Ich will nicht sagen, es hat sich nie gelohnt Aber es hat sich einfach nie gelohnt Okay Da muss ich durchrollen, nehme ich mal Das hat doch gar nicht so schlecht funktioniert Das schöne Glocke Dass ich diese spinnig besiegen kann, ist schon ein bisschen nervig Gibt es irgendwo hoch Geht es hier runter Na, gerade nicht aufgepasst Ah, es geht doch zu Das ist eine Krabbe Da war eine Krabbe Ich hoffe, ich komme jetzt nicht wieder raus Ich will da durch Nein Hm, da komme ich zu mir ran Aha Schon habe ich die Federn gesammelt Ah, da ist wieder eine Ach, die Szene wird einfach nur Nein Ach, ich bleibe schon an der Kiste Ich denke Nein Wie habe ich schon erlebt? Wie soll man das machen? Ich finde schon wieder eine Glocke irgendwann Ich habe gerade überlegt, ob ich die Kiste kaputt machen soll Nein Lass uns die Kamera aktivieren So Das geht so schief, oder? Es hat geklappt Unglaublich Hätte ich selbst nicht gedacht Nein Nein Er war gar nicht nur 15 Sprung Weil ich sie noch hier durch diese Öffnung springe Und dann es da oben hinkriege Nein, das war zu tief Ja, nun Stehe ich da Ja Ja, gut Dann halt die Münze Nicht Ich sterbe schon mal unterwegs Da kann ich nochmal probieren Wenn ich schon So, gerne Andermal Falls ich das brauche Gucken, ob es da hoch irgendwo geht Hier geht es bestimmt wieder da hoch Und lauf Okay, da muss ich schon lang Der da unten ist die Kamera Was soll ich damit machen? Rein die Orange kann ich hier zurückrennen Oh Hey Noch eine Birge Nein Das ist nicht so gut Okay Ich könnte mit der Beere versuchen zurückzukommen Dann könnte ich schon mal diese eine Münze versuchen zu holen Und genau das werde ich jetzt probieren Auch wenn ich ein bisschen wenig Fortschritt habe Aber Kann ich Kann ich hier irgendwie schwingen? Ja Ich komme da nicht zurück, glaube ich Nein Wenn ich jetzt von hier springe Ja Schade Hätte er klappen können Ist die Glocke wieder da? Nö Ja, das ist jetzt ärgerlich So war es schon los Weg mit dir Weg mit dir Ich kann die ja nicht in den Luft angreifen Was macht er da runter? Da geht sie weiter runter Da Ich war mir so sicher Hm, schade Ähm Was ist jetzt da oben wieder dieser Blanke, dass ich zurückkehren? Nö Sieht so aus Moment Jetzt wäre sie halt da Ich würde so gerne die Münze mitnehmen Naja Ah, jetzt kommt er rüber Nimm die Glocke mit Geh weg Ich will diese eine Münze haben Okay Geh doch Tau ist mal gestorben So Das Problem ist Ich komme jetzt hier mal so wirklich zurück Kannst du hier auch rüberkommen? Naja Verdammt Naja Und ist mir die Glocke da Ich habe auch noch einmal was ich damit machen muss Ich muss die Tür öffnen Das hat doch so sehr wie funktioniert Damit ist der hinüber Ach so soll es funktionieren Okay Das hat uns nervig Ja hier ist schon ein Ende Hey Geschafft Hat nur eine Ewigkeit gedauert Aber Ich habe es geschafft Ich weiß, ob ich jetzt pro Partner ein Level mache Ist es vielleicht wieder wenig Ich werde es über zwei machen Aber das Dauert dann zu lange Außer ich beeile mich ein bisschen Dann Weißt du was Ich mache das zweite Level Ich will ein bisschen Fortschritt Und nun? Moment Kann ich ja an der Wand lang Das bringt überhaupt gar nichts Ja gut Die machen das Lämmliche Fantastisch Fontänen Klingt auch noch was Nee Spiel Ohne irgendwas Da drüben ist eine Feder Weg mit dir Wasser Und eine Münze dafür gekriegt Deswegen immer nach links laufen Eigentlich braucht man bloß irgendeine Position finden Okay Das Level kann spaßig sein Glaub ich Nochmal die Lampe Wackeln Hier springe ich auf den Kopf Hier geht es runter Oh Münze Nummer 2 Jetzt habe ich den richtigen Lauf Ich dachte kurz ich sterbe Ah jetzt verstehe ich was ich machen soll Ich komme nicht auf die Kiste Jetzt Nein Ich kann bestimmt da oben Lang Gibt es da gerade hier irgendwas Aber ich komme da nicht mehr hoch Ich wollte nur die Münze Bin ich schon gegen gesprungen? Ja ne? Nein Wenn ich einen Doppelsprung hätte Könnte ich das auch noch ran? Ah nein Gib mir runter Wunderbar Was kann ich damit eigentlich so wirklich anfangen? Warum kriegst du das jedes Mal? Sollst du die Kiste oben wegschießen? Ja da ist mir eine Frage beantwortet Wer kommt da nicht runter? Hier geblieben Ja da geht es irgendwo runter Wie kann man schau mal diesen blauen Geist Feder was auch immer irgendwo rechts Ah da ist es doch Oh mein Gott Das schaffe ich nicht Das schaffe ich Nein Eine verdammte Feder Wo ich auf die ran komme Ah ich dachte ich schaffe es Das war am Anfang einfach so schlecht Das hätte man die ganze Zeit durchgekommt Okay wie komme ich jetzt da drüben runter? Ich komme nicht mehr hoch Also ist es egal Okay ich muss jetzt alle beide weghüpfen Hat überhaupt nie geklappt Ja das äh Funktioniert irgendwie nicht so ganz Also wenn ich einen Doppelsprung hätte Das wäre das einfacher Der erste kaputt machen Damit ist die Spinne weg Münze Nummer 4 Ich habe die 3 irgendwo liegen gelassen Ich soll schon da runter kommen Da sterbe ich doch So sollte es klappen Aber es hat nie geklappt Moment jetzt kann ich das nochmal probieren Nein Komm her Okay das wird nicht reichen Man braucht ja den zweiten Naja Dann halt nicht Ach die müssen wir schön einsammeln Naja hat es irgendwie geklappt Nein Ja gut Da kann ich das drüben mal probieren Wie soll man denn vorbeikommen Ohne ihn zu töten Moment ich probiere mal was Nein Weg mit dir Okay Okay Jetzt nochmal Die sollen wir draufgeben Nein Nein Alles nur für den Väter Ja Ja da oben ist die Glocke Alles klar Wunderbar Damit hat es doch gelohnt Aber schmack mir dieses Leveldesign Das hat was Wolltest du vorher abspringen Ah ok Tür auf Ich kann das so nicht kaputt machen Ok Ich mache das jetzt da oben Ach da baust du die Beere oder Moment Ich habe keine Beere Das ist ein bisschen nervig Gab es da vorne irgendwo Ich habe es übersehen Das darf ich kurz gucken Will Da ist nichts drin Ich meine da geht es aber nirgendwo rein Wasser Wasser Ich steife nicht hochkommen Geht doch Hier geht es auch nirgendwo rein Ja dann keine Ahnung Wie soll ich das kaputt machen Ja Darauf geschossen Und eine weitere Biene Das ging ja schnell Armee da vier Ja Ja Tweet Mining Kein Bitcoin Wieso schaffst du eigentlich diese Leveldesign So viel schneller als das andere Ich weiß ja ob man eigentlich schon ein Prozent braucht Hm da sind wir wohl in der Sackgasse gelandet Lely Joka Lely Wie läuft euer Abenteuer Besser als das letzte Spiel Danke Lely Nicht schlecht Auch wenn wir hier in einer Sackgasse gelandet sind Ja gut dass ich mal nach euch geschaut habe Ich habe eine Idee Öfter einmal diese Frostbeere in das Wasser die das Kapitel gelandet ist Okay Das Kapitel friert ein und das wirkt sich auf die Welt darin aus Wow meinst du wirklich Dass wir so an die neuen Bereiche kommen Wir probieren das auf jeden Fall mal aus Okay Interessant Oh das Kapitel ist gefroren Schalt dich um Freunde Ich wette darin ist eine ganz neue Welt Ja Das mag sein Aber ich soll das erst beim nächsten machen Wie ist das für alle Kapitel? Bis runter komm schon mit der Bären Ich gehe der voll kaputt Schätze ich mal Ah Man könnte das schaffen Moment Her damit Mit der anderen Bäre frierst du es Äh frierst du es ein Tauscht es dann wieder auf garantiert Ja das Ziel ist noch ein bisschen schwierig Moment ich glaube ich habe eine Idee wie ich das mache Nein Nehmt das doch mit Okay wenn ich jetzt von Hier schieße Hat es wohl keine Auswirkung Achso das Boost selber steht da im Wasser Achso jetzt sehe ich auch dass es zwei sind Alles klar Okay So Ähm Aber da komme ich erst trotzdem nicht weiter Und hier gut Da geht es auch nicht so weiter Dann das Eislevel das sehe ich mir beim nächsten Mal an Ich versuche mal pro Part zwei Level zu schaffen Da hat man ganz gut einen Fortschritt Da es ja 48 Spielen sind Soweit ich es bei Trophäen gesehen habe Müsste es ja 24 Level sein Der Stand 24 Parts Und die 25 sind für den Endkampf Das ging doch gut Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal Bye